Niklas Schober hat mit elf Jahren die Diagnose Krebs bekommen. Die Überlebenschancen waren gut, aber trotzdem so, als dürfte man beim Würfeln keinen Sechser würfeln. Wenn man jetzt einmal würfelt, ist das unwahrscheinlich, dass er kommt, aber manchmal kommt er eben. Wie er sich dabei gefühlt hat, was im Kopf eines Menschen vorgeht, wenn man die Diagnose bekommt, wie die Chemo war, wie man als Betroffener am besten damit umgeht, das alles hat uns Niklas in diesem Interview erzählt. Niklas ist heute 18 Jahre alt. Die Therapie war erfolgreich und die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs wiederkommt, ist extrem niedrig. Jetzt will Niklas etwas zurückgeben und darum erzählt er heute seine Geschichte. Mein Name ist Andreas Sattler. Ich bin Journalist und das ist Erklär mir die Welt. Der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Los geht's! Niklas, du hast dich bei mir gemeldet und hast gesagt, du würdest da gerne über deine Geschichte erzählen. Warum willst du darüber reden? Also im Prinzip sind es ein paar Gründe, warum ich heute hier sein wollte. Einerseits denke ich mir, ich möchte aufklären. Weil Krebs ist prinzipiell eine Krankheit, die sehr häufig vorkommt, allerdings nicht sehr oft bei Kindern. Und es ist wirklich häufig ein großer Schock, wenn man erfährt, dass ein Kind Krebs hat. Oder generell, wenn eine Person Krebs hat. Aber bei Kindern eben vielleicht noch ärger, weil sie halt auch noch so jung sind und noch so viel vom Leben vor sich haben. Und viele Menschen wissen aber gar nicht, was Krebs überhaupt ist, weil zumindest bei mir war es so, als ich gehört habe, dass ich Krebs habe, war ich am Anfang ganz überrascht und wusste gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Weil ich habe Krebs nur gekannt aus Filmen, teilweise aus Superheldenfilmen, wo sie die Krankheit nur gebraucht haben, um jemanden umzubringen. Und das ist aber in echt überhaupt nicht so. Also Krebs ist so vielfältig. Und es ist überhaupt nicht so, dass das bedeutet, dass du jetzt stirbst oder irgendwas in die Richtung. Und dann auch einfach mal zu erklären, was passiert denn während so einer Therapie? Wie geht man damit um? Also dieser Aufklärungsfaktor ist auf jeden Fall wichtig. Dann mit beizutragen zu einer Normalisierung und Enttabuisierung von dem Thema. Es ist okay, darüber zu reden. Es ist okay, mit dieser Krankheit zu leben. Und das soll auch gar nicht blöd draufgeschaut werden. Und Menschen, die diese Krankheit haben, das Schlimmste, was es ist, ist, wenn du dann irgendwie als ein Außerzeiter betrachtet wirst. Und es mag zwar nicht jeder offen darüber reden, und das ist auch voll okay, wenn nicht jeder offen darüber reden möchte. Aber trotzdem sollte es einen normalen Umgang damit geben. Und die anderen beiden Punkte, warum ich hier bin, ist, ich habe mir gedacht, wenn ich, ich habe jetzt diese Situation überstanden. Und ich würde behaupten, dass ich sie relativ gut überstanden habe. Und mir ging es auch während der Zeit mental sehr, sehr, sehr gut, was ungewöhnlich ist. Und ich bin draufgekommen, dass es ungewöhnlich ist und habe mir gedacht, warum kann ich nicht oder ich würde gerne anderen Leuten dabei helfen, dass sie diese Situation auch so gut überstehen können. Medizinisch kann ich nicht helfen, aber von der Einstellung her. Und gleichzeitig auch Menschen helfen, die zwar nicht Krebs gehabt haben, aber die vielleicht etwas lernen können von Menschen, die so eine Krise durchmachen. Weil, wenn ich da vielleicht eine Professorin von mir in der Uni zitieren kann, die hat einmal gesagt, und das ist natürlich jetzt etwas überspitzt dargestellt, aber ich finde im Inhalt prinzipiell passt es recht gut. Und die Menschen, die sie getroffen hat in ihrem Leben, die sehr zufrieden und glücklich waren, je zufriedener und glücklicher sie waren, desto eher konnte sie sie fast fragen, und wie schlimm war die Krise bei dir? Und ich muss sagen, bis zu einem gewissen Punkt kann ich das sehr nachvollziehen, weil aus jedem Tief kann potenziell ein sehr großes Hoch folgen. Ich sage potenziell, weil es trotzdem keine Sache der Selbstverständlichkeit ist, aber prinzipiell kann man sehr viel aus so etwas lernen. Und da denke ich mir, ich wünsche niemandem, dass er so eine Krise durchmacht, aber ich freue mich, wenn ich meine Erfahrungen jemandem mitgeben kann. Ja, Niklas, sehr schön, das kann ich nur bestätigen bei mir, seit ich meinen Tief hatte, heftige Depressionen, jahrelang, war nicht schön, wünsche ich niemandem, aber seitdem geht es mir so gut wie nie. Ja. Und das ist jetzt auch keine Garantie, und das Leben ist immer ein Auf und Ab, aber man kann da viel daraus lernen. Und was du so daraus gelernt hast, da freue ich mich jetzt mit dir drüber zu sprechen. Gehen wir mal sieben Jahre zurück. Kannst du dich noch erinnern, wie du zum ersten Mal gehört hast, du hast Krebs? Ja. Es war sehr surreal. Also ich erinnere mich ziemlich genau daran. Wir waren im Spital und ich habe überhaupt nicht mal ansatzweise das geahnt. Also es war so, dass ich eine Woche lang krank war und hatte Fieber und ein paar geschwollene Lymphknoten, aber das ist jetzt überhaupt nichts, das Außergewöhnliches. Da muss man keine Angst haben, wenn das passiert. Bei jeder normalen Krankheit kann das passieren. Und dann sind wir aber ins Spital gefahren, weil wir das große Glück gehabt haben, dass eine Ärztin, die mich damals behandelt hat, weil ich war beim Arzt, zufälligerweise eine Freundin von ihr ähnliche Symptome gehabt hat und bei ihr wirklich Krebs diagnostiziert worden ist. Aber das war ganz ungewöhnlich, dass sie uns ins Spital schickt, hat uns aber nur gesagt, das ist eine Routineuntersuchung. Und Symptome waren geschwollene Lymphknoten, Fieber? Ja, einfach fertig. Fertig. Also eigentlich nichts Spezielles. Es hätte jede normale andere Krankheit sein können. Eine Grippe wäre vielleicht schlimmer gewesen. Und sie hat aber anhand dieser Lymphknoten, die anscheinend doch anders geschwollen waren, als sie es irgendwie sonst kennt, das eben erkannt wegen ihrer Freundin. Und hat dann gesagt, wir sollen Ultraschein gehen, ohne dass sie uns aber irgendwas erzählt hat, wie von ihrer Vermutung. Und dann waren wir am St. Anna und es wird geschallt. Und ich habe halt gedacht, ja, keine Ahnung, ja, gar nichts dabei gedacht, ja. Und dann gehen wir in das Zimmer, wo halt dann der Arzt sitzt, mein Papa und ich. Und dann sitzen wir da und dann sagt er irgendwie, ja, redet kurz, sagt er irgendwie, ja, es ist Krebs diagnostiziert worden. Und ich als Elfjähriger habe das am Anfang gar nicht wirklich realisiert, dass mir das jetzt gerade passiert, weil das ist irgendwie im Rahmen der Unmöglichkeit davor in meiner Vorstellung gewesen. Und dann sind mir ein paar Tränen runtergekullert und ich wusste nicht wirklich, was ich jetzt tun soll. Aber gleichzeitig hat sich dann sehr, sehr schnell, gab es einen Klick, wenn man so möchte, in meiner Einstellung. Und ich habe mir gedacht, na gut, das habe ich jetzt. Damit muss ich jetzt umgehen. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, na, da habe ich keine Lust drauf. Und von dem Moment an war es kein Problem mehr für mich. Und ich habe begonnen, die ganzen Prozeduren durchzumachen und da ging es dann los. Aber dir wurde dann auch erklärt, was das jetzt genau heißt und was Krebs dann überhaupt ist. Also da muss ich an der Stelle vielleicht kurz wirklich ein großes Danke auch an das St. Anna aussprechen, weil dieses Spital wirklich, es ist nicht ohne Grund international bekannt. Also die haben wirklich so vieles richtig gemacht. Und dabei haben sie auch eben, wenn man so möchte, wirklich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, wo sie jeden Bereich des Lebens irgendwie verschönern wollen und abdecken wollen. Und da war eben ein wichtiger Punkt auch die Aufklärung. Und obwohl ich damals sehr jung war, wurden sofort an meine Seite Psychologinnen gestellt, die mit mir reden, Ärzte gestellt, die mit mir reden und das Ganze, um mir quasi auch zu zeigen, was erwartet mich, worauf muss ich mich einstellen, wie schaut das Ganze aus. Und mir hat das sehr geholfen. Ich habe auch von Leuten gehört, dass sie gar nicht so genau wissen wollten, was da jetzt alles passiert. Das ist wahrscheinlich auch eine Einstellungssache, aber ich persönlich kann sagen, das war mir ganz wichtig. Auch zu jedem Zeitpunkt genau zu wissen, wie schauen die nächsten Tage, wie schauen die nächsten Wochen und wie schaut es im Gesamtbild die nächsten zwei Jahre aus, damit ich weiß, worauf stelle ich mich ein. Also ich habe das einmal verglichen mit, wenn ich auf die Straßenbahn warte und da steht, da blinkt irgendwie, entweder die Anzeige ist kaputt oder es blinkt, die Straßenbahn ist schon da, aber sie ist ja noch gar nicht da, macht mich das wahnsinnig nervös, weil ich denke, wo ist jetzt die Straßenbahn? Ich weiß nicht, wann sie kommt, ich weiß nicht, wie lange ich warten muss. Da ist anscheinend irgendein Fehler. Während wenn da steht fünf Minuten, dann weiß ich genau, okay, passt. Ja, das ist jetzt für den Wiener manchmal zart. Meine Freunde vom Land sagen immer, Alter, ich warte manchmal eine Stunde auf dem Bus. Ich ärgere mich manchmal über fünf Minuten, aber da weiß ich genau, es sind fünf Minuten. Aber wenn ich nicht weiß, wann die Straßenbahn kommt, dann werde ich manchmal nervöser. Also ein bisschen eine Kontrolle zu haben über das, was da passiert. Genau, und Stabilität, Kontrolle und Stabilität, ganz wichtig. Und jetzt bist du da im St. Anna Kinderspital, Ultraschallgut gemacht und der Arzt sagt zu dir, das ist Krebs. Der erklärt dir das, bist du mit deinem Papa und dann gehst du nach Hause? Nein. Nein, was war dann? Also mir wurde direkt ein Zimmer eingerichtet im Spital. Damals tatsächlich noch gar nicht auf der Krebsstation, also auf der Onkologie, sondern ich glaube noch am HNO-Bereich, weil gerade irgendwie kein Zimmer frei war. Ab dem Zeitpunkt geht quasi sofort eine routinemäßige Prozedur los im Spital. Die sind ganz genau darauf eingestellt, was dann passiert. Und da gibt es dann schon am ersten Tag einige organisatorische Dinge zu klären. Und vor allem in den nächsten Tagen passiert da ganz viel, vor allem weil auch mal genau herausgefunden werden musste, was es für ein Krebs ist. Weil zu dem Zeitpunkt hat man gesehen, es ist bösartig, aber halt für die genaue Diagnose musste noch eine Biopsie gemacht werden. Und da ist dann nichts mehr mit nach Hause gehen. Also ich konnte noch spazieren gehen natürlich, aber sie haben gesagt, na bitte gleich dableiben. Direkt an die Infusion angehängt und direkt geschaut, wie akut ist es. Ich meine, es kann ja auch sein, dass das alles viel akuter ist, als man denkt. Und genau. Also dann gab es dann weitere Untersuchungen. Ja. Und dann, wie lange bist du dann im Spital geblieben? Also noch kurz zu den Untersuchungen. Da wurde wirklich alles untersucht, was man sich vorstellen konnte. Also das ist, wahrscheinlich kennt man das teilweise auch gar nicht, wenn man nur zum Hausarzt geht. Aber da wurdest du wirklich in jede Röhre geschoben, die sie haben. Was ja eh gut ist, weil sie halt wirklich bis in die letzte, von Kopf bis Zehe, halt schauen wollten, ob vielleicht auch noch andere Dinge befallen sind. Und genau, dann war ich im Krankenhaus für, geplant war circa einen Monat, weil es ist so, meine Therapie, in meiner Therapie war es so, dass du vier Blöcke gehabt hast. Blöcke heißt, in jedem Block bekommt man andere Chemotherapien, die andere Dinge, gegen andere Dinge wirken, beziehungsweise auch andere Nebenwirkungen haben, können wir vielleicht später noch darüber reden. Aber der erste Block hat eben so ausgesehen, dass man mal einen Monat stationär ist. Einfach auch, um mal zu sehen, wie reagiert die Chemo auf den Körper. Aber das war klar, sofort Chemo, da hat man keine Zeit zu verlieren. Es war spätestens in dem Moment, wo die Biopsie da war, klar. Also bis zur Biopsie war noch nicht ganz klar, welche Therapieform auch, weil bei jedem Krebs gibt es ganz unterschiedliche Therapieformen. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber in dem Moment, wo die Biopsie da war, war klar, keine Zeit verlieren. Und weil jeder Tag kann da teilweise schon einen großen Unterschied machen. Und da ging es dann sofort los. Und ich hatte aber Glück, dass ich ein bisschen früher schon aus dem Spital gehen konnte, weil bei mir hat die Chemo super angeschlagen. Und ich habe mich auch brav verhalten, sage ich mal. Also sie haben gemerkt, dass ich auch jetzt nicht irgendwie dazu tendiere, Dinge zu tun, die ich nicht tun soll. Und dann haben sie gesagt, ja, ich kann schon ein bisschen früher gehen. Aber prinzipiell mal einen Monat im Spital. Und jetzt zurück zu diesem Tag. Du erfährst, du hast Krebs, du wirst gleich aufgenommen im Krankenhaus. Wie kann ich mir das vorstellen? Schreibt man dann auf WhatsApp den Freunden so, shit, ich habe Krebs oder wie bist du damit umgegangen? Ja, tatsächlich ziemlich genau so. Also die erste Reaktion war natürlich mal Familie anrufen. Also ich war damals mit dem Papa im Spital, ist sofort meine Mama hergefahren. Es sind auch ein paar Freunde direkt gekommen. Jetzt weniger in meinem Alter, sondern wachsende Bezugspersonen von mir. Sind sofort gekommen. Es war relativ schnell sehr viel los. Was eh schön war, weil ich halt irgendwie dadurch echt schöne Unterstützung auch bekommen habe. Dann habe ich, glaube ich, ein, zwei Tage mal darauf schlafen müssen. Und genau dann habe ich einfach auf WhatsApp ein paar Leuten eine längere Nachricht geschrieben. Also ich habe jetzt nicht einfach nur geschrieben, yo, ich habe Krebs. Also das wäre vielleicht auch ein bisschen unsentimental, weil ich weiß ja auch nicht, wie die anderen Leute darauf reagieren. Weil das ist ja auch für Angehörige eine große Nachricht. Aber ich habe mir halt Zeit genommen und das relativ detailliert beschrieben und das dann mal abgeschickt. Und ich hatte auch nicht die Kapazitäten, jetzt viel mehr in die Richtung zu machen, weil du bist mit so vielen anderen Dingen zu bombardiert und beschäftigt. Und so haben dann mal die anderen davon erfahren. Und wie hat dein Umfeld reagiert? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also sie waren alle wirklich ausnahmslos. Jeder einzelne Freund, jede einzelne Freundin, jeder Bekannte. Also jede Person eigentlich, die ich kenne, war von Sekunde eins an unterstützend, hat gesagt, wenn ich irgendwas brauche, soll ich mich melden. Und haben auch, ohne dass ich mich gemeldet habe, begonnen, mir den Alltag irgendwie zu erleichtern zu wollen. Also was ich da irgendwie immer als schönes Beispiel bringe, meine Klasse hat mir damals eine Zeit lang eine Zeitung, wenn man so möchte, geschrieben, wo jeden Tag jemand anderer den Alltag in der Klasse beschrieben hat. Dass ich quasi im Gefühl noch dabei bin, weil ich konnte auch nicht in die Schule gehen damals. Und das fand ich wahnsinnig schön, weil das hatte ich irgendwie dann trotzdem noch mit den Leuten verbunden. Und also ganz, die ärgsten Sachen haben sich die Leute angetan. Teilweise haben Leute für mich gekocht, was auch ein großer Aufwand ist, weil auch beim Kochen muss man auf sehr viele Dinge aufpassen. Und da waren sie sehr kreativ. Und die Zeitung hast du dann aufs Handy bekommen? Nein, das haben sie in Papierform gemacht und mir vorbeigebracht. Ganz altmodisch. Ja, genau, ja. Aber eh schön. Ja, voll. Und wie ist das, weil ich kann mir dann auch vorstellen, manchmal, man weiß dann als Angehöriger oder als Freund, als Freundin auch nicht, wie soll man da jetzt reagieren? Soll man quasi dabei helfen, irgendwie dich abzulenken? Soll man irgendwie lustige Dinge erzählen? Oder willst du umarmt werden? Willst du Mitleid? Oder willst du gemeinsam trauern oder so? Hast du den Leuten so gesagt, wie du gerne hättest, dass sie mit dir umgehen? Oder ist das irgendwie von alleine passiert? Also, ich tatsächlich in dem Fall oder in meinem Fall ist es ziemlich von alleine passiert. Wobei ich aber wirklich jedem empfehlen würde, darüber zu sprechen. Weil es ist überhaupt nichts dabei, darüber zu reden, mit den Menschen, die einem nahe stehen, zu sagen, yo, ich bräuchte gerade das mehr oder das mehr. Und vor allem im Laufe der Therapie habe ich das dann auch mehr gemacht. Am Anfang hat es einfach zufällig sich ergeben, dass meine Freunde eh genau gewusst haben, was ich gerade brauche. Aber da würde ich auf alle Fälle darüber reden. Vor allem, weil eben da gibt es kein Universalrezept. Also, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, auch von anderen Menschen, mit denen ich geredet habe. Jeder braucht was anderes in so einer Situation. Und ich war immer sehr positiv gestimmt, habe viel gewitzt und konnte dann mit meinen Freunden auch witzen und so. Aber andere, denen hat das überhaupt nicht gefallen. Also, darüber reden, auf jeden Fall eine gute Sache. In meinem Fall hat es halt auch so geklappt. Weil das mit der Zeitung, das finde ich so genial, weil ich kann mir vorstellen, einer der größten, also abseits von medizinisch-körperlichen Problemen, die man hat, aber einer der größten Effekte ist, man wird aus dem Alltag und aus dem Leben gerissen, oder? Ja, das ist echt ein arges Gefühl, weil von einem Tag auf dem anderen, ich meine, man erwartet ja so eine Nachricht nicht. Das heißt, du führst dein normales Leben, gerade mit elf ist man eh noch irgendwie recht jung und naiv und glaubt nicht daran, dass irgendwann auch irgendwie es einen großen Wechsel geben kann. Und auf einmal bist du in einem ganz anderen Alltag, wie man ihn sich davor nie vorstellen hätte können. Und ich muss sagen, selbst im Nachhinein tue ich mir manchmal schwer, daran zu denken und mir noch vorstellen zu können, wie das war, weil ich es so absurd finde, was da alles passiert ist. Und das ist ein total arges Gefühl, dann damit umzugehen, beziehungsweise das auch zu verarbeiten. Und natürlich hilft es dann, wenn du Leute hast, die dich irgendwie noch mitziehen, auch ein bisschen im anderen Alltag, so gut es halt geht, weil das ist eh sehr eingeschränkt möglich. Aber es hat mich auch immer gefreut, wenn meine Freunde mir erzählt haben, was gerade so abgeht in der Schule, bei ihnen, dass ich halt auch ein bisschen von der Außenwelt, wenn man so will, mitbekommen habe. Und ich habe schon auch immer probiert, möglichst den Anschluss zu behalten. Also wenn du dann ganz verloren gehst, in dem Spitalsalltag, glaube ich, ist das auch sehr belastend. Ich habe auch immer probiert, noch Ausflüge zu machen, so gut es geht, sehr eingeschränkt, wenn möglich, rauszugehen, spazieren, ein bisschen was vom Leben draußen mitzubekommen, wobei das wirklich schwieriger ist als gesagt, weil du auch da sehr viele Einschränkungen hast. Also da gibt es, man darf beispielsweise gar nicht in andere Geschäfte gehen oder generell in keine anderen Innenräume, darf nur mit Maske rausgehen, nicht in öffentliche Verkehrsmittel einsteigen. Als Immunsystem so. Das ist alles wegen dem Immunsystem. Also Chemo macht das Immunsystem. Genau, die Chemotherapie tötet zwar den Krebs, aber sie tötet so ziemlich alles in deinem Körper. Und da sind halt die Immunzellen mit dabei. Und das führt dazu, dass du, wenn du auch nur leichten Kontakt zu leichten Krankheitserregern hast, das zu sehr, sehr groben Komplikationen führen kann. Und das bedeutet, dass die größten Einschränkungen bei der Chemo, neben den tatsächlichen Schmerzen, die du durch die Chemo bekommst, sind die Einschränkungen durch Hygiene. Weil das kann man sich gar nicht vorstellen, aber was ohne Immunsystem, kann man den Alltag einfach nicht leben, wie wir ihn führen. Gerade in so einer globalisierten Welt, wo du ja jeden Tag mit so vielen Menschen in Kontakt kommst. Das ist wirklich, ich habe vorhin das Kochen schon angesprochen, das fällt genauso in die Kategorie. Ich habe, es war nicht erlaubt, dass ich Lebensmittel, die länger als 24 Stunden offen sind, nochmal verwende. 24 Stunden ist eine sehr kurze Zeit bei Packungen, die groß sind. Ich meine, wenn es gekocht oder gebacken wurde für 10 Minuten, ist es wieder okay. Also ein Mehl zum Beispiel, das ich für den Kuchen benutze, geht wieder. Aber beispielsweise ein Ketchup. Ketchup, also 24 Stunden, da kann ich mir die große Ketchupdose, kann ich einmal meine Würstel essen und das war es schon wieder. Meine veganen Würstel. Und möchte ich an der Stelle dazu sagen. Und ja, das ist schwer. Und viele Lebensmittel darf man überhaupt nicht essen. Also viel Fleisch geht gar nicht, Fisch, rohe Eier und so die Klassiker. Aber auch sowas wie Tee durfte ich nur trinken, wenn er 10 Minuten gekocht war. Wie mag man einen Grüntee trinken, der 10 Minuten durchgekocht wird? Wegen Pilzsporen. Also teilweise auch Sachen, wo man gar nicht so draufkommt und gar nicht so realisiert, dass da auch Erreger drinnen sein können. Die Liste ist lang. Aber da gibt es eben sehr viele Einschränkungen. Und die Chemo ist dann schon wenige Tage nach der Diagnose losgegangen. Genau. Also es war ein paar Tage zwischen Ultraschall und Biopsiebericht. Und in dem Moment, wo die Biopsieergebnisse da waren, war dann eigentlich relativ, ging es dann relativ flott. Also da mussten noch ein paar Dinge unterschrieben werden. Und mit mir auch nochmal geredet, psychologisch und mit Ärzten und Ärztinnen. Und dann wurde ich schon angehängt. Cool, aber du hast auch psychologische Betreuung gleich von Beginn an bekommen. Ja, also von Anfang an stellt das St. Anna ein ganz breites Angebot an eben psychologischer Beratung bereit, wo du einfach begleitet wirst. Du kannst entweder zu jedem Zeitpunkt hingehen, von dir aus, aber du hast auch verpflichtend Einheiten, wo du mit Psychologinnen und Psychologen redest. Was, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, weil gerade mentale Gesundheit ein Aspekt ist, der häufig vergessen wird. Generell in unserer Gesellschaft, würde ich sagen. Ich finde, das ist ein großes Problem unserer Zeit. Es wird zwar besser, aber vor allem in Österreich sind wir da echt noch sehr hinten her. Wir haben ein super gutes Gesundheitssystem, aber die mentale Gesundheit ist da außen vor gelassen. Ich habe leider viel zu viele Freunde, die es dringend bräuchten, aber das Geld dazu nicht haben und die Stellen dazu sind nicht da in der öffentlichen Hand. Und im St. Anna wissen sie das aber, dass das wichtig ist. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass die mentale Einstellung zu so einer Situation sehr, sehr viel bewirken kann. Nicht nur, wie es dir in der Situation geht, sondern generell, wie man da gut durchkommt. Und das habe ich auch an mir gemerkt, weil ich glaube, das hat mich von vielen anderen Menschen im Spital unterschieden, dass ich die ganze Zeit eigentlich gelacht habe, gut drauf war und es mir gut gegangen ist. Und ich würde sogar wirklich sagen, und so weit gehen, damals, ich hatte ein geiles Leben. Obwohl die äußeren Bedingungen alles dagegen tun wollten, wenn man so will, dass ich trotzdem ein gutes Leben habe, aber es hat mir Spaß gemacht. Natürlich, es gab unfassbar viele Momente, wo es mir wirklich schlecht ging, aber so im Großen und Ganzen konnte ich trotzdem ein gutes Leben führen. Und das hat sich sicher auch darauf ausgewirkt, wie ich mit der Chemo umgehe und so. Und das ist alles deutlich weniger groß mir vorgekommen, weil ich einfach all in all gut drauf war. Und wie man eben mit der Psyche das beeinflussen kann, das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Und bist du quasi so geboren als frohes Kind und einfach so positiver Grundeinstellung zum Leben? Weil ich kann mir vorstellen, bei manchen Leuten, also ich glaube, mir wird das schwer fallen, da so ein gutes Leben während einer Chemo zu führen. Verständlicherweise. Also, ja, wahrscheinlich lag es mir ein bisschen im Blut, wenn man so möchte. Also, ich war immer schon gut drauf, positiv eingestellt, optimistisch. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Erziehung meiner Eltern. Vor allem meine Mutter ist da sehr dahinter, ist auch Resilienztrainerin. Da habe ich sicher viel mitbekommen. Und ja, es war keine bewusste Entscheidung. Das ist ja das Spannende. Also, das sind alles Dinge, die sind bei mir automatisch passiert. Und ich würde aber gerne so gut wie möglich genau diese Einstellungen probieren, wiederzugeben und weiterzugeben, die bei mir zwar automatisch passiert sind, aber die man sehr wohl auch bewusst treffen kann. Es wird ja auch immer wieder von Ärztinnen gesagt, dass ein Teil des Behandlungserfolges hängt auch davon ab, ob man den Kopf in den Sand steckt. Und irgendwie, ich meine, es ist auch nachvollziehbar, wenn man jetzt völlig depressiv ist, das kostet ja auch nochmal so viel Energie und Kapazitäten. Und wenn man jetzt eine positive Grundeinstellung hat, dann, wenn das Immunsystem eh schon so viel zu tun hat, dann ist zusätzlicher Stress halt schlecht. Also, das stimmt auf alle Fälle. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, man verträgt fast jedes Wie, wenn man das richtige Warum hat. und ich hatte halt immer eine sehr positive und optimistische Einstellung und das hat mir halt geholfen, viele Warums zu finden. Weil, wenn ich prinzipiell guter Dinge bin, dass das Ganze einen guten Ausgang nimmt, aber nicht nur das, sondern auch, dass ich übermorgen ein cooles Erlebnis habe, weil ich da vielleicht doch einen Freund treffen darf, weil es meinem Immunsystem gut geht. Oder weil ich da, weil meine Blutwerte gerade gut sind, ein Essen essen darf, das ich sonst vielleicht nicht essen darf, was mir gut schmeckt. Oder weil ich mich darauf freue, dass ich dann jemanden ein Spiel spiele, auf das ich schon lange warte oder so, weil es mir dann vielleicht gut genug dafür geht. Dann ist das Wie viel leichter zu ertragen. Und ich finde, da ist was sehr Großes dran. Und da ist eben genau diese positive Einstellung das, was mir sehr geholfen hat. Und du hast geschrieben, die Chancen, dass das quasi gut geht, waren 80 zu 20, also 80 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit der Chemo. Ja. Und Misserfolg würde heißen, du wärst dran gestorben. Ja. Da habe ich auch eine lustige, oder lustige, eine Anekdote dazu. Als ich das gehört habe damals, also ursprünglich hat es geheißen, es ist wahrscheinlich so, dass es zu 97 Prozent gut geht, weil sie haben am Anfang gedacht, dass es die bessere von zwei Möglichkeiten ist. Dadurch hat sich diese 97, diese Zahl, voll in mein Gehirn gebrannt. Es hat sich dann nach ein wenigen Tagen, also nämlich nach der Biopsie, weil davor haben sie noch gedacht, dass es 97 Prozent sind, danach hat sich herausgestellt, es sind 80. Ich habe das irgendwie überhört. Also ich habe sicher gehört, aber mein Unterbewusstsein hat das einfach gestrichen und ist bei den 97 Prozent geblieben. Im Nachhinein habe dann meine Mutter mal erzählt, na, es waren eigentlich 80. Und dann ist es mir so langsam gedämmert, dass ich da irgendwas mir selbst verschwiegen habe, was ich sehr spannend gefunden habe, weil ich finde, da sieht man, dass der Körper auch auf mentaler Ebene einige Abwehrmechanismen hat, die einem da vielleicht auch helfen. Und das Spannende ist aber, was ich eigentlich sagen wollte, für mich war eigentlich immer klar, die 80 Prozent Erfolgsquote heißt, bei 80 Prozent der Fällen passiert mir nichts. Da geht es mir einfach danach genauso wie davor. Und die 20 Prozent, da habe ich nie so genau nachgefragt. Wahrscheinlich, weil ich insgeheim schon gewusst habe, dass es ein bisschen naiv ist, aber da habe ich nie so genau nachgefragt und ich habe mir gedacht, ja, das wird halt so sein, da verliere ich dann halt ein Bein oder so. Ja, aber das ist jetzt nicht so, da kann man danach weiterleben. Oder dann habe ich halt da ein bisschen Probleme. Aber das war für mich gar nicht so präsent, dass das dann der Tod bedeutet. Im Nachhinein völlig klar, dass das der Tod bedeutet. Aber ich habe mir das halt da auch ein bisschen schöner geredet, als es eigentlich ist. Was mir aber trotzdem geholfen hat, weil dadurch war ich auch nochmal irgendwie besser drauf, weil ich mir gedacht habe, ja gut, auch ohne Bein kann man leben. Also da hat es so die Fähigkeit des Menschen, Dinge zu verdrängen und ich nenne es negativ als Ignoranz, hat in diesen Fällen immer sehr Positives. In diesen Fällen schon. Also man muss immer sehr aufpassen. Also prinzipiell verdrängen ist, hat sie sehr viele positive und negative Seiten, würde ich sagen. Häufig kann das auch in eine sehr falsche Richtung führen, wenn du viel verdrängst und dann irgendwann die Dinge trotzdem hochkommen, weil sie halt trotzdem da sind. Verdrängen heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Das heißt nur, dass du gerade nicht daran denkst. Aber in dieser Situation hat mein Körper richtig entschieden. Diese zwei kleineren Sachen, wenn man so möchte, weil es ist jetzt in der Summe nicht so viel gewesen. Aber da hat es mir geholfen. Weil wenn man jetzt rein rational daran denkt, so 80-20 heißt eigentlich, so circa man würfelt und es darf zum Beispiel keine Sex kommen. Also wahrscheinlich kommt keine Sex, aber es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man eine Sex würfelt. Also eigentlich ist es gut, wenn man nicht daran denkt. Nein, es ist arg daran zu denken. Und einmal, habe mir auch meine Mutter im Nachhinein erzählt, ist sie im Spital gesessen und sitzt da so, während ich halt Chemo bekomme, in der Ambulanz, weil es konnte sehr viel auch ambulant stattfinden, wo ich auch dem Spital sehr dankbar bin. Es ging dann am Anfang, war eben lange stationär, aber danach konnte man sehr oft einfach für einen Tag hinfahren und am Abend wieder nach Hause fahren. Und da ist sie einmal in der Ambulanz gesessen, während ich Chemo bekomme und sitzt da so und schaut sich die spielenden Kinder an und denkt sich, wenn jeder dieser Kinder die gleiche Diagnose hat wie ich, dann ist jeder Fünfte hier in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr, wurscht, nicht mehr da. Und das ist schon ein sehr beunruhigender Gedanke. Also dementsprechend hat es mir sicher geholfen, um da nicht so viel drüber nachzudenken. So, und Chemo? Chemo heißt dann, man kriegt einfach so ein Bartel angehängt. Oder wie kann man sich da Chemo vorstellen? Genau, also viele Chemos sind tatsächlich bei mir in Beutelform passiert und das ist wirklich lustig, weil die hatten die verrücktesten Farben. Das hat so echt ausgesehen, als hätte ein Kind sich gedacht, ich färbe das jetzt lustig. Ich weiß aus medizinischer Sicht nicht, warum das so lustige Farben gehabt hat, aber war eh witzig. Als dann was lila oder was? Ja, rot, gelb, haben wir alles gehabt. Genau, und dann hat man eine Infusion, ein Infusionsständer, das war mein bester Freund, also den hat man, den nimmt man immer mit sich mit, das ist echt arg, also der ist immer mit dabei. Das muss man auch mal irgendwie lernen, wie man damit umgeht, weil da hängt halt eine Schnur dran, die ist vielleicht zwei Meter lang und weiter kann man sich nicht davon wegbewegen. Also auch immer, wenn man aufs Klo gegangen ist, musste man den mit sich herschieben. Hat der einen Namen gehabt dann? Nein, nein, nicht, aber es wäre lustig gewesen, stimmt. Genau, und da hängen sie dann eben den Beutel dran, wird angeschlossen und das rinnt dann einfach für unterschiedlich zwei, drei Stunden rein. Aber das war nicht nur die einzige Chemo, die ich bekommen habe. Also ich hatte auch im letzten Block, war es so, dass ich da mehr oder weniger einfach Chemo-Spritzen bekommen habe. Also auch alles in die Vene, aber das war einfach eine Ladung, das hat gedauert drei Sekunden, wie man halt geimpft werden würde auch. Und dann konnte ich wieder gehen. Und ja, genau. Prinzipiell gibt es ja noch andere Möglichkeiten, Krebs zu therapieren, aber in meinem Fall waren es nur Chemotherapie. Niklas, man hört ja über die Chemo, die schlimmsten Dinge, was die Nebenwirkungen betrifft, von Haarausfall zu Übelkeit, zu totaler Erschöpfung. Wie war das bei dir? Also das stimmt alles. Es ist spannend, weil jede Chemotherapie unterschiedliche Nebenwirkungen hat. Also man kann gar nicht so sagen, Chemotherapie ist gleich diese Nebenwirkungen. Prinzipiell, was ich über die Zeit alles erlebt habe, waren unter anderem genau die Sachen. Also Haarausfall, ganz klassisch, ja. Wobei ich im dritten Block eine Chemotherapie bekommen habe, wo dann die Haare wieder nachgewachsen sind, ein bisschen, weil die ist auch nicht super lang, weil dann ging es später eh wieder weiter mit dem Haarausfall. Aber das fand ich spannend, dass sie da eben wieder gewachsen sind. Übelkeit, absolut. Ich meine, du bekommst viele Medikamente auch gegen Übelkeit, aber dennoch, obwohl das echt starke Medikamente sind, bringt es teilweise nichts. Interessanterweise habe ich mich die ganze Chemotherapie lang nicht übergeben. Es gibt Menschen, die übergeben sich jeden Tag. Was mich auch gefreut hat, weil ich mag es überhaupt nicht, mich zu übergeben. Ich finde das Gefühl schrecklich. Aber schlecht war mir trotzdem viel. Kopfweh, ganz viel, sehr, sehr viel. Und ich würde sagen, das Allerschlimmste war tatsächlich die extreme Konzentrationsschwäche. Nämlich nicht wegen Schmerzen, ja, das tut ja nicht weh, aber Konzentrationsschwäche und Müdigkeit in Kombination führen dazu, dass du in Wahrheit den gesamten Alltag lang kaum was machen kannst, außer rumliegen, schlafen, ein bisschen Fernsehen, wobei das auch auf Dauer anstrengend ist, dich vielleicht ein bisschen unterhalten. Aber Hobbys war für mich sehr schwer durchzuziehen. Nicht mal lesen ging gut, weil ich einfach, ich tue drei Minuten etwas und ich bin erschöpft. Ich spiele fünf Minuten ein Spiel und ich muss mich hinlegen. Nach dem Essen habe ich normalerweise geschlafen, weil es anstrengend war. Und das ist fast das, was ich am schwierigsten gefunden habe, weil wenn du halt im Alltag nicht so viel hast, was dir dann auch irgendwie Abwechslung gibt, dann ist das ganze Leben nochmal eintöniger. Und da muss man dann wirklich bewusst dann arbeiten, dass man sich trotzdem irgendwie, dass man trotzdem Dinge findet, die man tun kann und die funktionieren. Und da sind wir teilweise sehr kreativ geworden. Weil das hilft schon, wenn du dich ablenken kannst, das finde ich extrem wichtig und ist aber teilweise gar nicht so einfach. Was habt ihr da gemacht? Also teilweise wurden wir vorgelesen, das hat sich ja sehr geholfen. Wir haben halt es immer ausgenutzt, wenn es dann doch mal ging, weil es gibt zum Beispiel Momente, wenn man eine Bluttransfusion bekommt. Das kommt immer wieder vor, weil die Blutwerte manchmal sehr schlecht sind und dann brauchst du Erythrozyten und dann wird dir halt ein bisschen Blut reingehaut und danach geht es einem immer super, weil Erythrozyten und das Hämoglobin ist ja auch für den Sauerstofftransport zuständig und das führt halt zu Müdigkeiten, wenn du da zu wenig hast. Und danach war ich immer ziemlich fit und dann wussten wir immer, okay, an dem Tag gibt es Blut und danach machen wir, weiß nicht, spielen wir ein Spiel, das irgendwie länger dauert. Da geht es. Spaziergänge haben wir probiert, viele zu machen, sofern es halt möglich war. Ging auch nicht immer, aber manchmal halt einmal um den Häuserblock oder zweimal. Ab und zu sind wir sogar mit dem Auto irgendwo ins Grüne gefahren. Da muss man wieder aufpassen, dass halt möglichst keine Menschen dort sind, aber wenn du halt irgendwo im Wald bist, ist es nicht so tragisch. Und haben dort einfach dann, habe ich dort geschlafen, aber es ist halt trotzdem mal eine Abwechslung und ja, viel telefoniert. Also einfach möglichst kreativ werden und ich glaube, jeder kommt da auch auf eigene Sachen, die er halt gern tut. Also war da wahrscheinlich für deine Familie oder Freunde auch, ändert sich das Leben auch ein bisschen, also, klingt jetzt steppert, aber ich meine, natürlich ändert sich das Leben, wenn das Kind Krebs hat. Aber auch im Sinne von, auch wenn man selber keine Chemo hat, muss man extrem aufpassen, weil man weiß, wenn man dich besuchen fährt, man möchte jetzt nicht irgendwie die Grippe mitnehmen. Ganz generell würde ich fast sagen, dass die ganze Nachricht und die ganze Geschichte für meine, für die engen Angehörigen sicher mindestens genauso schlimm war wie für mich, weil ich war, ich war in meiner Schiene drin, ich wusste, ich ziehe das durch, ja, ich war, alle haben auf mich drauf geschaut, ich hatte keine Verantwortung und ich musste mich um nichts kümmern. Ich bin halt einfach mitgegangen und wenn du aber als außenstehende Person die ganze Zeit weißt, jede kleine Entscheidung kann große Auswirkungen haben, ist das extrem belastend und du fühlst dir auch sehr, sehr mit und das ist ja an sich eine schöne Eigenschaft, dass Menschen empathisch sind, aber manchmal ist sie halt auch etwas schmerzhaft und das ist sicher schwierig auch dann für Angehörige damit umzugehen. Deswegen ist es, finde ich, auch immer spannend, auch mit Angehörigen darüber zu reden, weil die ganz andere Ansichten haben über so eine Situation und jetzt, weil du gemeint hast, wegen Grippe zum Beispiel, dass sie das nicht mitnehmen, da gab es halt immer auch strenge Vorschriften, also ich durfte auch nicht immer Freunde sehen, sondern ich habe fast jeden Tag Blut abgenommen bekommen, da war dann immer klar, wie gut ist mein Immunsystem heute und wenn es gut genug war, dann ging es und teilweise auch nur mit Maske und natürlich, wenn die auch nur einen Schnupfen gehabt haben, also wenn ich meine, rinnende Nase hat man ja teilweise das halbe Jahr lang, dann war das normalerweise schon ein Grund, dass ich sie nicht sehen durfte. Also da gab es schon sehr strenge Regeln, das war immer klar, man muss das auch, wenn sie gekommen sind, jeder, der in die Wohnung geht, Hände desinfizieren, generell die ganze Zeit Hände desinfizieren, ich habe am Tag glaube ich 30 Mal Hände desinfiziert, immer wenn ich irgendwas angegriffen habe, was irgendwann in meinen Mund kommt, wenn ich was gegessen habe oder so davor, danach Hände desinfizieren, vor dem Klo Hände desinfizieren, danach Hände desinfizieren, wenn ich meine Katzen gestreichelt habe, Hände desinfizieren, danach Hände desinfizieren, vielleicht, weil es gerade gut dazu passt, meine Katzen, eigentlich sind Katzen Lebewesen, die sehr viele Bakterien und Viren auf sich tragen und aus hygienischen Gründen ist es eigentlich tabu, mit Katzen zu schmusen und das rechne ich dem St. Daner heute noch immer sehr hoch an, dass die Ärzte dort abgewogen haben, okay, eigentlich ist es nicht so gut, aber sie wissen oder sie haben gewusst, dass ich eine sehr enge Bindung zu meinen Katzen habe und sie haben gesagt, na gut, wenn die Blutwerte gut genug sind, dann erlauben wir es dir, aber bitte eben davor und danach gut Hände desinfizieren, aber wir sehen ein, dass in dem Fall eben genau dieser mentale Status der Katzen vielleicht überwiegt gegenüber dem Risiko, dass man damit eingeht, haben sie weiter erlaubt und ich glaube, das war eine super Entscheidung, dass sie da eben eingesehen haben, okay, man kann manchmal, lohnt es sich sogar, medizinische kleine Risiken einzugehen, wenn dafür das Leben des Patienten stark verbessert wird und das war in dem Fall so. Das hat ja auch was sehr Beruhigendes, oder, wenn man bei Katzen streichelt oder mit denen ist. Genau, absolut und die fühlen ja auch ein bisschen mit. Also gerade mein Kater ist in der Phase der Therapie, hat er begonnen, bei mir im Bett zu schlafen und danach nicht mehr. Da war ich immer ein bisschen böse, weil ich wollte, dass er das weitermacht. Aber während der Therapie hat er jeden Tag da geschlafen und danach ist er gegangen. Also er hat gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Das fand ich sehr schön, sehr süß. Wow, arg. Und wie war, wie war der Haarausfall für dich? Weil es ja oft so dieses Symbolische, nochmal, da sieht man es nochmal, irgendwie diese Orgelveränderung. Ja. War das bei dir auch so ein Punkt? Also es fällt in die gleiche Kategorie von, ich habe es einfach wahnsinnig optimistisch gesehen und positiv. Das erste, was ich gemacht habe, war, ich habe ein Photoshop-Foto gemacht, wo ich mir einen Avatar-Strich auf die Glatze gefotoshoppt habe, weil ich es einfach wahnsinnig lustig gefunden habe. Also ich habe auch wieder einfach das Beste draus gemacht und mir gedacht, hey, ist eh urleihwand, weil jetzt muss ich nicht mehr Haare waschen. Es ist wirklich praktisch, man trocknet sich einfach den Kopf ab und ist trocken. Hat auch seine Vorteile. Also natürlich, manchmal schaut man sich in den Spiegel und denkt sich, boah, den erkenne ich jetzt eigentlich nicht wirklich wieder und auch im Nachhinein muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich wiedererkennen würde. Ich meine, ich war jünger, ich hatte eine Glatze und durch Kortison, das wurde ich, nebenbei habe ich auch Kortison genommen, das ist ein Medikament, der sehr stark auf Hormone aussendet und da werden die Wangen ganz aufgepufft, ganz breit und dick und ich hatte wirklich so einen runden Kopf und natürlich ist das manchmal irgendwie ungewohnt und arg, aber gleichzeitig, wie gesagt, ich habe mir eigentlich immer, ich habe eigentlich den Fokus auf die Dinge gelegt, die jetzt besser sind als davor, anstatt den Fokus auf die Dinge zu legen, die schlechter sind als davor und es sind beide Dinge da. Man kann in jeder Situation auch irgendwo positive Sachen finden und die habe ich halt ganz bewusst gesucht und das hat mir schon geholfen. Was war noch besser als zuvor, außer dass du nicht mehr Haare trocknen musstest? Also so allgemein dann? Ja, eben die coolen, also meinst du jetzt auf die Glatze bezogen? Nein, allgemein so auf, man hat Chemokrebs, deckt sich jetzt vielleicht viele, die zuhören so, was soll da besser sein als zuvor? Also ich habe mich von Tag 1 auf den Tag gefreut, wo ich dann wieder alles machen darf, weil ich mir gedacht habe, das wird so eine geile Flut an Emotionen sein, dass ich da irgendwie schon drauf gefreut habe. Gleichzeitig habe ich natürlich gewusst, dass ich viel daraus lernen kann. Also der Gedanke war zwar nicht so präsent, wie er jetzt im Nachhinein ist, aber ich habe natürlich gewusst, okay, krass, ich mache da jetzt so arge Dinge durch, danach wird mir das Leben ureinfach vorkommen. Ich fand es auch spannend zu sehen, wie es quasi Leuten geht, die in der Situation sind, weil ich meine, ich war damals noch jünger, aber auch damals war ich schon interessiert in Psychologie und habe immer schon wieder Leuten bei Problemen geholfen und das war spannend zu sehen, wenn ich selbst mal ein größeres Problem habe. Und gleichzeitig natürlich, wenn man so eine Situation übersteht, jegliche kleineren Krisen, die danach kommen, dagegen bist du halt doch stärker gewappnet, weil ich mir halt immer denken kann, naja, ich habe Krebs überstanden, zwei Jahre lang, also da ist das jetzt im Vergleich nicht so schlimm. Oder wenn ich eine Grippe habe, die schlimm ist, ich wünsche niemandem meine Grippe, das ist überhaupt nicht schön, aber dann kann ich mir trotzdem jedes Mal denken, na gut, ja, geht auch vorbei, das andere war schlimmer, so in die Richtung. Und wenn man eben sich genau diese Dinge raussucht, dann motiviert einen das auch sehr. Du hast gesagt, nach zwei Jahren war es vorbei und war das irgendwie zwei Jahre immer wieder dann Chemotherapie oder wie war das genau? Genau, also ich habe gesagt, es gab in der Intensivtherapie diese vier Blöcke mit den circa neun Monaten Chemo. Da ist auch wirklich genau das passiert, was wir jetzt vorhin besprochen haben mit den extremen Nebenwirkungen, den extremen hygienischen Maßnahmen, dem Haarausfall und dem Spitalsaufenthalten und so. Und danach habe ich erstmal einen Monat Reha gemacht und dann ging eben los die Schlucktherapie. Also da habe ich eine Chemo bekommen, die wirklich nur noch Medikamente waren und die habe ich einmal am Tag genommen. Die hatten dann weniger starke Auswirkungen, da konnte ich dann auch wieder in die Schule gehen. Und ja, die Einschränkungen waren dann kleiner. Ja, ich durfte immer nicht in Thermen und immer noch ein bisschen aufpassen, mit manchen Dingen zu essen, kein roher Fisch. Aber prinzipiell konnte ich dann langsam wieder ein normales Leben führen. Zumindest offiziell, inoffiziell bist du immer noch uerledigt. Das braucht einfach eine Zeit, bis der Körper sich daran gewöhnt, wieder quasi sich aufzubauen. Und das ist dann ausgelaufen, diese zwei Jahre. Da war ich dann alle zwei Wochen im Spital, Routineuntersuchungen, Blut abnehmen, schauen, ob das alles passt von der Dosierung und so. Und nach den zwei Jahren gab es dann eben eine Abschlussuntersuchung. Und da wurde dann quasi offiziell gesagt, du bist jetzt geheilt und jetzt bitte noch in regelmäßigen Abständen herkommen. Das verläuft sich dann mit der Zeit. Also am Anfang sind es eben alle zwei Wochen und dann sind es irgendwann einmal im Monat, alle paar Monate. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass es noch einmal im Jahr ist. Das Ganze geht zehn Jahre lang. Und das ist dann wirklich nur noch Routine, um abzuchecken, dass eh nichts zurückkommt. Wobei ich das Glück habe, dass in meinem Fall die Chancen, dass wieder was passiert, nicht wirklich größer sind als bei jedem anderen. Das geht auch anders und da bin ich sehr froh drüber. Weil das stelle ich mir belastend vor, wenn du die ganze Zeit mit Angst leben musst, dass es vielleicht eh wiederkommt. Ja. Und weißt du, warum das bei dir so unwahrscheinlich ist, dass das wiederkommt? Gut angesprochen, alles gut losgeworden, die Art Krebs, die ich gehabt habe, scheinbar nicht so, ja, hat nicht so viel Lust, wiederzukommen, wenn man das Ganze erlaubt ausdrückt. Und mit der Chemo, wie ist das? Hast du dann mal nach ein paar Wochen, sag mal dann, du sprichst gut an oder nicht und je nachdem schauen wir dann auch, wie man weitermacht. Genau. Also es ist ziemlich genauso, dass du sehr regelmäßig, gibt es halt Gespräche mit den Ärzten, wo besprochen wird, okay, wie läuft es? Spricht der Körper gut an? Geht der Krebs zurück? Wie machen wir weiter? Auch vor jedem Block gab es ein intensives Gespräch, wo auch dann drüber geredet worden ist, wie sind die Nebenwirkungen? Was erwartet dich? Worauf musst du vielleicht speziell aufpassen? Zum Beispiel, es gab im dritten Block eine Chemotherapie, die war so giftig, dass man die ganze Zeit, während ich sie bekommen habe, musste ich im Spital bleiben und die ganze Zeit viel trinken. Also wirklich so, dass ich das getrackt wurde. Ich meine, ich musste eigentlich immer tracken, wie viel ich trinke, weil ich eigentlich jeden Tag mindestens zwei bis drei Liter trinken musste, dass die Chemo auch wieder ausgespült wird. Aber da war es scheinbar noch mal wichtiger und so wichtig, dass sie mich sogar im Spital behalten haben. Und genau, solche Dinge müssen halt im Vorhinein abgeklärt werden und so wird das dann durchbesprochen. Und wenn es nicht gut angesprungen wäre, hätten sie vielleicht andere Dinge dann noch machen müssen. Aber in meinem Fall, wie gesagt, ich war quasi der Musterverlauf, wenn man so möchte, wo ich sehr froh drüber bin. Da war es dann nie notwendig, irgendwie umzulenken. Und wann war, oder das kriegt man da mit so im Laufe der Chemo, so quasi, das schaut gut aus. Also gab es irgendwann, gab es dieses Aufatmen erst dann nach zwei Jahren oder haben du und deine Angehörigen schon währenddessen mitbekommen, so okay, das könnte irgendwie gut ausgehen? Also für mich war von Tag eins klar, dass es gut ausgeht. Das war für mich alles andere aber keine Option. Also ich war von Tag eins überzeugt davon, dass ich in spätestens zwei Jahren wieder alles fertig ist. Und für mich war es weniger ein, ui, Daumen drücken, dass es gut ausgeht, sondern eher ein, ah cool, ja, jetzt haben wir einen Monat mehr, jetzt sind es noch acht Monate, jetzt haben wir noch einen Monat mehr, jetzt sind es noch sieben. Und, aber natürlich, von ärztlicher Sicht, gibt es dann natürlich irgendwann den Punkt, wo sie sagen, okay, es ist super angesprungen, wir gehen jetzt sehr stark davon aus, wenn es jetzt nicht irgendwie grobe Einschübe noch gibt, dass wir jetzt einfach weitermachen so und wir mit nichts mehr Schlimmen rechnen können. Aber prinzipiell sind natürlich die Ärzte, Ärztinnen auch, probieren jetzt nicht zu große Versprechungen zu machen, weil falls ja dann trotzdem irgendwas anders ist, man kann es nie genau wissen, ist ja auch blöd. Aber, klar, das gibt es schon. Aber gab es bei dir dann mal so den, also bei dem Gespräch nach zwei Jahren, wo die Ärzte gesagt haben, so quasi, ah, wir haben es geschafft, das Ding ist weg, warst du dann so, ja, wusste ich eh, oder gab es schon einen Punkt, wo du so mal durchatmen und jetzt so, wow, das Scheiß ist jetzt mal vorbei? Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, zweiteres, aber eigentlich war es eher ersteres. Natürlich habe ich mich extrem gefreut, aber es, dadurch, dass für mich nicht die Option bestanden hat, dass ich quasi es nicht schaffe, habe ich eher immer darauf hingearbeitet, in kleineren Schritten, ah, okay, ich weiß jetzt, nächsten Monat ist die Chemo schon weniger stark oder die Schluckchemotherapie ist weniger stark oder nach der Reha geht es mir besser, dass ich mich quasi Stück für Stück schon wieder in Richtung Normalität arbeite und dadurch war es dann wirklich nicht so überraschend für mich, als es dann aus war, weil, ich meine, ja, wir haben da eine Feier gemacht, eine große, klar, ja, und viele Leute eingeladen und es war natürlich eine Erleichterung, aber ganz generell war es jetzt gar nicht so stark, dass ich gesagt habe, boah, jetzt ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, sondern eher, nein, ich habe es ja gesagt. Das finde ich sehr geil. Deinen Eltern ist es wahrscheinlich anders gegangen. das denke ich auch, ja. Ja. Ich denke auch. Und wie ist es dann weitergegangen, also wie findet man dann einfach wieder in den Alltag oder ist man generell nach so einer Erfahrung dann auch irgendwie einfach ein anderer Mensch und man geht dann gar nicht so ins normale Leben zurück oder wie war das bei dir? Das ist eine ganz essentielle Frage, finde ich, weil es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe einmal gesagt, ich habe mich gefühlt nach der Therapie wie, als wäre ich nicht mehr der alte Mensch, so nah, aber auch noch nicht wirklich ein Neujahr. Und du hast halt die Situation, du bist zwei Jahre lang aus dem Alltag rausgerissen, wobei, sagen wir mal ein Jahr lang, weil das zweite Jahr konnte ich ja schon wieder in die Schule gehen, aber ein Jahr lang sehr stark rausgerissen. Und alle um dich herum entwickeln sich aber quasi auf dem Weg, den sie da vorgegangen sind, weiter. Du entwickelst dich ganz anders weiter, weil du machst ganz andere Erfahrungen, du lebst ein ganz anderes Leben und danach führen diese Wege aber wieder zusammen. nur dass die einen quasi gerade ausgegangen sind und du einen großen Umweg gemacht hast. Und auf diesem Umweg aber sehr viel über dich selbst, über das Leben und sehr viele Erfahrungen gemacht hast, die halt die anderen nicht mit dir teilen. Und gleichzeitig bist du auch körperlich natürlich noch nicht an dem Punkt, wo die anderen sind. Also bei mir war es spannend, weil ich habe ja mit elf die Diagnose bekommen, aber kurz vor meinem zwölften Geburtstag. Und am Ende davon war ich dann eben fast 14, aber eigentlich noch nicht wirklich pubertär, weil die ganze Therapie, natürlich, der Körper hat sich 100 Prozent auf die Bekämpfung des Krebs gewidmet und die Chemo hat halt auch nicht wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich mein Körper weiterentwickelt. Das heißt, ich bin kaum gewachsen, äußerlich habe ich mich kaum verändert, außer dass ich halt vielleicht kränker ausgesehen habe. Und von der Reife war ich in vielen Hinsichten sicher weiter als andere, auch von den Gedanken, die ich gehabt habe. Ich habe auch begonnen, mich mit Philosophie mehr zu beschäftigen, weil es einfach eine große Selbstreflexion auch für mich war, zu sehen, wo lege ich den Wert auf mein Leben. Sorry fürs Unterbrechen, aber du wirkst auch jetzt nicht so, als wärst du 18. Sondern, ja, ein paar Jahre älter mindestens. Danke. Ja, das sagt man mir manchmal. Aber das liegt sicher daran, dass ich mich eben sehr viel da mit mir selbst, aber auch mit dem Leben auseinandergesetzt habe. Und, ähm, genau, und dann komme ich eben zurück und gleichzeitig bin ich aber in anderen Dingen noch viel weniger reif, weil ich eben noch nicht pubertiere oder noch nicht so stark und noch nicht auf Feiern gehe und weiß ich nicht, noch nicht meine ersten Erfahrungen mit Mädchen gehabt habe und so. Und dann, das ist eine sehr interessante Situation, weil meine Freunde waren immer sehr dahinter, mich auch wieder mit einzubeziehen. Also die haben es auch verstanden. Das ist sicher auch nicht immer so. Also ein großes Danke an meine Freunde an der Stelle. Aber trotzdem ist es teilweise schwer gewesen, mit der Situation umzugehen. Auch wenn du körperlich was machen möchtest, was die anderen machen, aber es vielleicht noch nicht schaffst. In Turnen, wenn man halt laufen geht oder so, aber du noch nicht das Ganze mitbekommst. Also in der Intensität mitmachen kannst und so. Aber du willst es ja schon. Und das ist sicher schwer. Und das braucht auch, finde ich, echt ein Zeitalter, bis du da dann wieder an dem Punkt bist und sagen kannst, okay, jetzt habe ich das wirklich alles liegen gelassen. Und spannenderweise war das dann fast die Zeit, wo ich, da bin ich aus dem Nachhinein drauf gekommen sogar, dass das die Zeit war, wo es mir dann tatsächlich am schwersten gefallen ist, auch mental am schwersten gefallen ist. Mir ging es trotzdem gut. Aber da hatte ich fast mit den meisten Problemen zu kämpfen. Und das ist schade, weil das manchmal übersehen wird, auch aus Spitalsicht nämlich. Weil das Spital richtet sich halt ganz klar an die Zeit, während du Chemo bekommst und macht das da super gut. Aber danach sagen sie halt, du bist gesund und da haben sie recht. Aber ich finde, es wäre trotzdem auch noch irgendwo ein bisschen die Aufgabe des Spitals, dich da auch stärker zu begleiten. Und ich hätte es da echt gebraucht. Ich glaube, es geht vielen so. Und ich hatte ja das Glück, dass ich Unterstützung von allen Seiten bekommen habe. Aber vor allem, wenn du das nicht bekommst, stelle ich es mir schwer vor. Und vor allem, wenn du dann sogar vielleicht eine Klasse wiederholen musstest und neue Leute dort kennenlernst. Ich musste das nicht, was sehr besonders ist, weil meine Schule da viel mitgearbeitet hat. Also, da auch. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich würde aber jeder Schule empfehlen, diese Leute nicht durchfallen zu lassen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, dass du danach dann, wenn es eh schon schwierig für dich ist, dich wieder einzufinden, nochmal in ein neues Umfeld gehauen wirst. Nicht mehr mit den gleichen Leuten in der Klasse bist. Und keiner versteht dich dort dann gut, wenn du halt, wenn die das nicht miterlebt haben. Und viele Menschen, also viele Schülerinnen und Schüler, müssen leider wiederholen, weil sie halt, während der Therapie kann man halt kaum Schule machen. Es gibt zwar vom St. Anna eine Lehrerin oder einen Lehrer bereitgestellt, der ein bisschen Unterricht mit dir macht, aber das ist sehr marginal, weil natürlich, wie ich gesagt habe, man kann sich ja kaum konzentrieren. Und ja, meine Schule hat halt gesagt, na, wir wissen, du bist generell ein ganz guter Schüler. Das war ich immer schon. Danach noch mehr als davor. War ich motivierter noch. Und haben gesagt, na, wir glauben schon, dass du das schaffst. Und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Dementsprechend, genau, also dieses Wieder-Zurück-Finden wird manchmal vergessen, sollten wir nicht vergessen. Und du, du hast ja gesagt, nach neun Monaten warst du dann erstmals wieder in der Schule. Ja. War das dann quasi wirklich ein, du bist eh schlau, wir winken dich jetzt durch oder hast du dann bestimmte Prüfungen machen müssen, damit du dann aufsteigst? Oder wie war das? Also es ist so, prinzipiell ist vorgesehen, dass man die Schule parallel zur Therapie machen kann mit dieser privaten Lehrerin, die vom St. Ander zur Verfügung gestellt wird. Praktisch schaut das so aus, dass du probierst, in jedem Fach zumindest ganz ein bisschen was zu machen in diesen neun Monaten. Und das heißt, ganz ein bisschen was heißt nicht, das ganze Schulbuch durcharbeiten, sondern vielleicht ein Kapitel. In den Hauptfächern habe ich jeweils eine Schularbeit geschrieben. Aber auch das kann man sich nicht vorstellen, dass das Schularbeit-Schreiben ist im normalen Sinn, sondern da gibt es ganz eigene Regeln. Und das ist auch wichtig, dass es die gibt. Also du hast Zeit, solange du willst. Du kannst jederzeit pausieren und später weitermachen. Weil in der Deutschschularbeit war es bei mir einmal so, ich habe geschrieben, mir ist schlecht geworden, mir ging es nicht mehr gut, wir haben am Montag weitergeschrieben. Und anders geht das nicht. Also das geht einfach nicht anders. Und die Lehrerin hilft dir auch ein bisschen. Und das ist aber okay. Also ich finde, jede Schule, und das gab es leider gar nicht so selten, die dann von den Schülern verlangt, unter den gleichen Bedingungen eine Schularbeit zu schreiben wie jeder andere Schüler, das ist nicht nur unfair, das ist einfach unmenschlich. Weil das geht einfach nicht. Und mit diesen Schularbeiten haben sie dann gesagt, ja, das passt schon. Und ja, dann haben sie mich einfach durchgewinkt. Die Lehrer haben halt mir alle irgendwelche Noten gegeben, die meisten Noten waren eh sogar sehr gut. Und haben halt gesagt, ja, okay, es war die Unterstufe, da ist es auch weniger tragisch, als in der Oberstufe. Und das passt schon. Und ist es dir dann schwer gefallen, dann so nach zwei Jahren wieder komplett aufzuschließen zu deinen MitschülerInnen? Oder warst du immer so schlau, dass das kein Ding war? Jetzt im Unterricht? Genau. Nein, das war nicht schlimm eigentlich. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ja der Unterricht teilweise auch gar nicht so aufbauend ist. Ich meine, in Mathematik ist ja schon aufbauend, aber das liegt mir auch. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich studiere jetzt Physik, also das ist jetzt, das ist eher meine Stärke, aber sonst, wenn ich jetzt in Biologie halt das letzte Thema verpasst habe, ist es für das nächste Thema nicht unbedingt relevant. Und in der Oberstufe wiederholt man ja eh alles aus der Unterstufe noch einmal. Also das war für mich zum Glück kein großes Problem. Und noch eine kleine Side-Note zu davor. Ich bin nicht ganz nach neun Monaten dann direkt wieder in die Schule gegangen, sondern so einfach, also so einfach kann man sich das nicht vorstellen, sondern es ist eher so, ich hatte eben diese neun Monate Intensivtherapie, dann hatte ich einen Monat lang Reha und dann konnte ich langsam wieder einsteigen, weil nach so einer langen Zeit Chemotherapie bist du dann nicht nach einem Monat wieder fit, obwohl die Reha viel dran gearbeitet hat, sondern es braucht Zeit. Und ich hatte dann das Glück, sage ich mal, dass dann noch zwei Monate ungefähr Schule waren nach der Reha, wo ich dann am Anfang wirklich teilweise nur eine Stunde lang da war und gegangen bin und dann zwei Stunden und so langsam erhöht habe, dann aber die Sommerferien waren. Und in den Sommerferien hatte ich dann nochmal Zeit, mich zu erholen und nach den Sommerferien konnte ich dann wieder normal einsteigen. Und das war für die Schule zum Glück auch kein Problem, dass ich da dann echt einfach oft nur für eine Stunde da war, einfach nur auch, um wieder in diesen Alltag zu kommen und mich dran zu gewöhnen. Also ich bin dann eigentlich richtig in die Schule, erst nach so einem Vierteljahr nach Anfang der Therapie konnte ich dann wieder gehen. Niklas, Niklas, hast du zum Abschluss noch Dinge, die du Leuten mitgeben möchtest, die vielleicht jetzt gerade oder in der Zukunft oder vor kurzem so eine Diagnose bekommen haben? Ja. Ich würde sagen, das ist jetzt eh stark rausgekommen, aber bleibt es positiv. Seid optimistisch. Und ich habe immer von mir gesagt, ich bin ein realistischer Optimist. Weil ich bekomme manchmal, wenn ich mit Menschen über Optimismus und positive Einstellungen rede, das Argument zu hören, ja, aber das ist ja nur schön reden. Du siehst die Dinge nicht an, wie sie sind, sondern du redest dir das Leben nur schön. Und da kann ich ganz klar sagen, nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Weil was ich mache ist, ich habe eine Situation und in dieser Situation kann ich von verschiedenen Perspektiven darauf schauen. Und jede Perspektive bringt mir andere Gedanken und Einstellungen dazu. Und manche sind sehr negativ und manche sind sehr positiv. Und wenn ich mich jetzt bewusst dazu entscheide, einfach das Licht auf die positiven Gedanken zu lenken, dann sehe ich nicht, warum das eine Verzerrung der Realität sein sollte. Weil ich nehme die Situation ja an. Ich weiß, ich habe Krebs und ich rede es mir nicht schön, aber ich fokussiere mich auf die Dinge, die mir gut tun, anstatt mich auf die Dinge zu fokussieren, die mir schlecht tun. Und das ist eine Sache, die mich durch die gesamte Therapie begleitet hat und die, glaube ich, mir in der gesamten Therapie auch dazu geführt hat, dass es mir gut gegangen ist. Das ist so dieses große Bild. Und das Zweite ist vielleicht, sich Ziele zu setzen. Und Ziele zu setzen heißt jetzt nicht nur, ich will wieder gesund werden, sondern kleine Ziele. Teilweise für den nächsten Tag, für die nächste Woche, für den nächsten Monat. Dinge, auf die man hinarbeiten kann. Kleine Freuden, die man dann irgendwie schafft. Also eh, wie ich teilweise vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel das Ziel, dass ich übermorgen einen Spaziergang machen kann. Vielleicht funktioniert es dann ja. Oder dann ein Spiel spielen kann. Oder wenn die Blutwerte gut genug sind, dann etwas machen kann, wo es ein bisschen mehr Konzentration braucht. Oder das Ziel, einfach mal die nächste Woche irgendwie zu überstehen, weil dann der nächste Block ist. Und da freue ich mich dann schon drauf, weil ich den ersten hinter mir habe. Und sich kleine Freuden zu ermöglichen. Ich habe da auch eine lustige Anekdote. Es ist während der Therapie, es ist teilweise so, dass man nicht viel Appetit hat. Mir ging es zwar eigentlich immer gut damit, ich habe immer viel gegessen, aber teilweise hat man irgendwie nicht so viel Lust auf Sachen. Und warum auch immer, ist McDonald's etwas, auf das alle Kinder während Chemo Guste haben. Das hängt, glaube ich, ein bisschen mit dem Cortison zusammen, weil das eben die Hormone sehr pusht und da hat man teilweise dann noch Heißhunger. Und im McDonald's sind scheinbar so viele Geschmacksverstärker drinnen, dass das irgendwie immer gut schmeckt. Obwohl ich es mittlerweile gar nicht mehr so mag. Aber das Problem ist, man durfte natürlich auch kein Essen essen, das von woanders kommt, als zu Hause gekocht ist, weil man nie weiß, was drin ist. Jetzt hat das St. Anna aber eine Kooperation mit dem McDonald's auf der Alsa-Straße gemacht und gesagt, wenn Leute sagen, dass sie vom St. Anna kommen, dann machen sie ganz speziell einen Burger, oder was man halt bestellt, für diese Person, unter Bedingungen, wie es auch für diese Person geht. Lassen die Dinge raus, die man nicht essen darf, öffnen extra neue Behälter und so. Und wenn dann die Blutwerte gut genug waren, das ging auch nicht immer, sondern nur unter bestimmten Bedingungen, durfte man sich dann was von dort holen. Und das war immer ein großes Highlight. Und das sind einfach solche kleinen Freuden, womit man sich den Tag wirklich verschönern kann. Weil so ein gutes Essen damals, und der Cortison schmeckt teilweise alles wirklich noch mal besser. Das kann schon schön sein, so eine Aufhellung vom Tag. Also Ziele setzen. Und was auch sehr wichtig ist, würde ich sagen, ist Stabilität im Alltag. Also, dass man wirklich schaut, dass man sich nicht in einem einfach gehen lässt und verliert in diesem ganzen Spitalsalltag, sondern dass man auch klar weiß, wann passiert was oder ich habe irgendwelche fixen Aufgaben, die ich jeden Tag tue. Weil du gehst ja nicht in die Schule. Es gibt in Wahrheit nichts, was von dir verlangt wird. Zum Glück ja auch nicht. Es wäre noch belastender. Aber außer, dass du halt die Sachen im Spital mitmachst. Aber das führt halt dazu, dass man auch vielleicht Gedanken bekommen kann von ja, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll und dann irgendwie in schlechte Gedanken abrutscht. Und wenn man es aber schafft, sich trotzdem bewusst nicht nur Ziele zu setzen, sondern eben auch einen Alltag aufzubauen, dass ich sage, jeden Tag um 18 Uhr schaue ich das. Oder jeden Tag um 12 probiere ich einmal an die frische Luft zu gehen. Oder was einem eben einfällt. Jeden Tag um 19 Uhr schreibe ich eine kurze Nachricht an den und den. Dass ich einfach irgendwie in diesem was zu tun habe auch. Also das hat mir sehr geholfen. Und das sind genau, das sind so die drei Dinge, die mir jetzt gerade noch einfallen. Und hast du noch Ratschläge für Angehörige, Familie, Freundinnen, wie man mit so einer Situation umgehen kann und wie man die Betroffenen dann am besten unterstützt? Ja. Also am besten mit der betroffenen Person reden, wie wir am Anfang gesagt haben. Es gibt kein universaler Rezept und wenn man ich bin überzeugt davon, wenn man gemeinsam darüber redet, findet man Sachen. Aber ansonsten verständnisvoll sein. Vor allem verständnisvoll auch, wenn die Person Dinge braucht oder will oder tut, die man vielleicht selbst nicht versteht. Man muss nicht alles verstehen, was jemand in so einer Situation macht. Einfach trotzdem verständnisvoll bleiben und sagen, okay, das passt für mich. Ich bin jetzt nicht böse, obwohl das vielleicht böse rüberkommt. Ich weiß, du hast gerade andere Dinge zu tun. Auch nicht böse sein, wenn die Person mal sagt, na, sorry, aber ich mag dich jetzt nicht sehen. Das ist jetzt vielleicht ein Luxusproblem, aber ich hatte teilweise die Situation, dass so viele Leute mich sehen wollten und halt mir helfen wollten, dass ich dann teilweise gesagt habe, Leute, das ist mir gerade zu anstrengend, damit zu dealen. Und es ist schön und gerne in der Woche, aber jetzt brauche ich gerade mal meine Ruhe. Das ist nicht, weil man die Person nicht mag, sondern einfach, weil du eh so viele Eindrücke hast den ganzen Alltag. Und manchmal ist es dann auch fast einfach zu viel. Also da nicht beleidigt sein und sonst unterstützen, wo es geht. Probieren, wie gesagt, kleine Freuden zu machen und sei es nur ein netter Brief, ein paar nette Worte, ein nettes Telefonat, ein kleines Geschenk, alle möglichen Dinge, die halt irgendwie die Person dazu bringen, ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Niklas, du hast uns noch Bücherempfehlungen mitgebracht. Genau. Ich habe drei Bücher mit. Das erste ist Trotzdem Jahr zum Leben, sagen von Viktor Frankl. Ich würde sagen, dieses Buch beschreibt so ziemlich perfekt die Einstellungen und die Ressourcen und Möglichkeiten, die ich genutzt habe während der Therapie, dass es mir gut ging. Ich meine, es geht offensichtlich nicht um Krebs. Viktor Frankl hat ein KZ-Lager überlebt und war Psychotherapeut, Psychologe und beschreibt das Ganze ein bisschen aus seiner Sicht. Aber ich finde, er schafft es, all diese Tipps, die ich jetzt auch probiert habe rüberzugeben, so wunderschön auf den Punkt zu bringen und so gut zu verpacken und verständlich, wie es kaum jemand schafft. Und ich glaube, man kann da so viel auch über sein eigenes Leben lernen, auch in dem Sinn, dass das muss wirklich keine so große Krise sein wie Krebs. Also man hat ja auch häufig im Alltag kleine Krisen, die trotzdem belastend sind. Und einfach damit umgehen zu lernen, würde ich jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Aber es ist nicht einfach zu lesen, weil es sehr belastend ist, finde ich. Weil natürlich, er beschreibt dann schon auch das Leben im Konzentrationslager und das ist nicht einfach zu verarbeiten. Aber die Dinge, die man sich da mitnehmen kann, da hatte ich sehr viele Aha-Momente und ich habe mich oft wiedergefunden, weil ich genau die Dinge, die er beschreibt, häufig schon damals angewendet habe. Und deshalb, das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Und vielleicht kann ich da jetzt noch eine kurze Nebennote dazugeben, weil, was mir jetzt gerade einfällt, er hat da nämlich von einer Situation beschrieben und das fand ich so schön, wo er gesagt hat, er hat sich eben ein Warum gesucht, wie wir vorhin darüber geredet haben. Und er hat während dem Konzentrationslager probiert, irgendwie mitzuschreiben, wie er fühlt und wie seine Gefangenen, also Kollegen fühlen, die auch gefangen sind dort. Und irgendwie Notizen zu machen und hat sich dann eines Abends vorgestellt, wie er nach dieser ganzen Geschichte vor einem großen Publikum steht und ihnen seine Auffassung von dem Ganzen aus psychologischer Sicht erklärt. Und hat quasi die ganze Zeit darauf hingearbeitet und hat damit sein Ziel gehabt und seinen Grund weiterzumachen. Und das, finde ich, beschreibt genau so gut, wie wichtig es sein kann, sich auch ein Warum zu suchen. Und viele solche Anekdoten. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Und das zweite Buch, das ich mitgenommen habe, ist Sophies Welt. Sophies Welt ist ein philosophischer Roman, wenn man so möchte. Eigentlich ein Jugendbuch, aber finde ich, also kann jeder lesen, in jedem Alter. Das ist mir, das wurde mir geschenkt nach der Therapie und da ist es eben genau, das war genau zum richtigen Zeitpunkt, weil es ein Buch ist, das innerhalb von einer Geschichte verpackt, die gesamte Geschichte der Philosophie einmal aufrollt und so die wichtigsten Stränge der Philosophie einmal aufdeckt. Und ich fand das extrem spannend, um über, nochmal über mich selbst zu reflektieren, aber auch über das Leben. Und das war für mich der Einstieg in die Philosophie eigentlich, weil nach der Therapie habe ich generell mir schon mehr Fragen in diese Richtung gestellt und dieses Buch hat es einfach perfekt aufgegriffen, mich da mal einzuführen, weil ich ja eben noch nicht sehr eingelesen war. und es liest sich sehr gut und für mich war es damals genau das Richtige und ich habe auch sehr viel über mich gelernt und es war lustig, weil ich mir häufig gedacht habe, es wurde irgendeine philosophische Strömung vorgestellt und ich habe mir gedacht, ja, genau das denke ich mir auch. Und dann wurde geschrieben, naja, und danach kam die Gegenströmung, die postuliert genau das Gegenteil und dann dachte ich mir, ach Mist, ja, das denke ich mir eigentlich auch genau so. Und dann kam es meistens die Situation, dass die Strömungen zusammengeführt worden sind von einer neuen Strömung, die das Beste aus beiden nimmt und dann habe ich auch immer gedacht, na, aber das denke ich mir jetzt wirklich. Also eine gute Meinungsbildung, kann ich auch allen sehr ans Herz legen. Und das Dritte ist jetzt ein bisschen aktueller, nicht mehr ganz zu dem Thema, aber von George Bouquet, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem. George Bouquet ist ein Psychotherapeut und beschreibt darin Mitnahmen aus seinen Stunden und auch generell Erfahrungen und Einstellungen, die er weitergeben würde. Ich habe das Buch gelesen und mir hat es tatsächlich in meiner Beziehung zu meiner Freundin sehr viel geholfen. Die anderen Dinge, die im Buch stehen, habe ich teilweise davor schon gekannt. Es gibt auch Überschneidungen mit dem Frankel, wo er auch eben über positive Lebenseinstellungen und so schreibt, aber eben auch dann teilweise über Beziehungen. Und ich habe sehr viel gelernt und ich habe mir, während ich das gelesen habe, gedacht, boah, also eigentlich, wenn viele Leute, denen es nicht gut geht in Beziehungen, das lesen würden, vielleicht würde es ihnen besser gehen. Deswegen dachte ich mir, nehme ich mir das jetzt auch mal mit. Und ich habe nicht alles, was er geschrieben hat, 100 Prozent würde ich unterschreiben, aber ich denke mir, man soll einfach das mitnehmen, was einem gefällt und was einem nicht gefällt, lässt man raus. Und dementsprechend sind das die drei Bücher, die ich mir gedacht habe, will ich hier weitergeben. Aber alles drei jetzt keine Bücher, die man einfach überfliegt und gleichzeitig ist, sondern schon, wo man selber sich selbst auch viel lernt. Das muss man sich schon im Vorhinein bewusst sein. Das Dritte werde ich mal besorgen, die anderen beiden kann ich sehr bestätigen. Und ich habe Sophie's Welt erst letztes Jahr gelesen. Ja. Kann auch sehr bestätigen, da war ich 33 und es war und das Tolle daran ist, dass es für Jugendliche geschrieben ist, man versteht dann einfach auch, worum es, was Sokrates so genau gemacht hat oder Descartes oder wer auch immer. Genau. Also es ist echt toll. Und auch bei mir, so zum ersten Mal haben wir gedacht, Philosophie ist vielleicht doch interessant. Ja, voll, na genau, weil es ist, häufig sind philosophische Texte wirklich, wirklich unverständlich geschrieben, gerade wenn du die Originalfassungen liest, das ist nicht gerade eine einfache Kost. Aber da hast du es eben teilweise auch sehr umgangssprachlich formuliert, was einfach angenehm zum Lesen ist. Und am Ende machen wir immer einen Shoutout für ein traditionelles Medium, TV-Sender, Radio, Zeitung, whatever und einen Creator oder eine Creatorin. Genau. Da kommt jetzt bitte leicht ein bisschen der Naturwissenschaftler in mir durch. Traditionelles Medium habe ich ein Spektrum der Wissenschaft gedacht. Das habe ich eine Zeit lang gelesen, eh eigentlich auch dann nach der Therapie begonnen, weil ich eben begonnen habe, mich für Wissenschaft mehr zu interessieren und die haben sehr breite Magazine, also nicht nur jetzt in der Physik, auch in der Physik, was mich natürlich interessiert, aber sie haben auch was zu Gesundheit, zu Psychologie und zu generell einem Überblick zu halt den modernsten Erkenntnissen. Das hat mir immer sehr gut gefallen und ist, finde ich, auch relativ leicht zu lesen und als Creator habe ich an kurz gesagt gedacht. Das ist ein YouTube-Kanal und was den Kanal so auszeichnet, ist, sie animieren Videos zu verschiedensten wissenschaftlichen, aber nicht nur wissenschaftlichen, ich würde sagen, auch meinungsbildenden Themen und in zehn Minuten brechen sie das auf das Wichtigste runter und da gibt es wirklich Videos zu allen möglichen Sachen. Es gibt es auch auf Englisch, das heißt dann in a nutshell, da gibt es teilweise dann noch mehr Sachen als in den Übersetzungen und da sprechen sie teilweise genau eben auch über Krebs oder über das Immunsystem oder über ganz andere Sachen wie über Nuklearwaffen oder verschiedene Einstellungen, wie sie das Leben beeinflussen und geben sich da richtig viel Mühe und das kann wirklich, also da würde ich sogar sagen, das habe ich sogar bei meiner kleinen Schwester empfohlen, die viele Jahre jünger ist als ich, weil ich mir gedacht habe, da kann sogar sie sich schon was mitnehmen, aber genauso kann sich jemand Erwachsenes super viel mitnehmen und das nutze ich auch oft, um einmal einen Kurzeinblick in ein Thema zu bekommen, um zu sehen, löst das irgendwas in mir aus? Also finde ich das interessant, erweckt das Interesse als Motivation, sich da weiter einzulesen und dementsprechend kann ich das sehr empfehlen. Lieber Niklas, danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Was nehme ich mir mit? Erstens, Krebs wird immer häufiger, weil es mehr alte Menschen gibt, aber wir machen Fortschritte in der Behandlung. Wenn man die Alterung der Gesellschaft ausklammert, dann sterben heute all das standardisiert um 35% weniger Menschen an Krebs als noch 1919. Zweitens, Kinder sind relativ selten betroffen, viel seltener von Diagnosen und noch viel seltener sterben sie an Krebs. Das liegt daran, dass ein junger Körper noch viel besser damit umgehen kann, als wenn man jetzt 70 oder 80 Jahre alt ist. Aber gerade bei Kindern ist es für Angehörige oft eine extreme psychische Belastung. Und Niklas rät allen, den Betroffenen und den Angehörigen, sich psychosoziale Unterstützung zu suchen. Drittens, Optimismus ist sehr wichtig für den Erfolg einer Behandlung. Wenn man gleich den Kopf in den Sand steckt, dann braucht das sehr viel Energie, die der Körper in dieser Zeit für etwas anderes braucht. Trauer muss und darf sein, aber nach einer gewissen Zeit heißt es Kopf hoch und Blick nach vorne. Das sagt sich jetzt als nicht Betroffener natürlich einfach, aber wie Niklas darüber gesprochen hat, das hat mich extrem beeindruckt. Danke euch fürs Dabeisein. Niklas hat mir vor der Aufnahme erzählt, dass er schon seit fünf Jahren Erklär mir die Welt hört und dass er sich lange nicht getraut hat, mir zu schreiben, dass er gerne Gast wäre. Gibt es überhaupt keinen Grund dazu. Wenn ihr eine Geschichte an die Öffentlichkeit bringen möchtet, zu was auch immer, dann schreibt mir gerne, gerne persönlich auf erklärmir.at Alle eure Nachrichten werden vertraulich behandelt. Ihr könnt dort auch die nächsten Aufnahmetermine einsehen und Fragen und Anregungen zu meinen nächsten Terminen stellen und ihr könnt dort auch jederzeit Vorschläge für neue Folgen oder Gäste machen. Ich mache hierbei Erklär mir die Welt jede Woche ein Video, die kommen immer am Dienstag und die Idee ist, dass wir gemeinsam jede Woche die Welt ein bisschen besser verstehen. Nächste Woche kommt eine richtig geniale Folge mit dem Historiker Wolfgang Schmale und es geht um die Geschichte der Männlichkeit und so viel kann ich jetzt schon versprechen, das sind ein paar sehr interessante Dinge für Mann oder Frau dabei. Also wenn du die Folge nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und mach die Glocke an. Wenn du jetzt gleich weiterschauen möchtest, dann empfehle ich dir dieses Video von mir. Der ehemalige österreichische Gesundheitsminister Rudi Anschober war bei mir zu Gast. Er war im Amt, als Pandemie war, hat sich also sehr viel mitgemacht, auch was Hass im Netz betrifft. Er ist auch in einen Burnout geschlittert und Rudi hat in diesem Video erzählt, was ihm persönlich heute Kraft gibt. Rudi ist auch Teil der Grünen in Österreich, er ist sehr Umwelt und Klima bewegt, ist auch nicht immer ein leichtes Thema und darum fand ich sehr spannend, wie Rudi auf die Welt blickt und wie er persönlich Kraft schöpft. Wir sehen uns entweder gleich im Video mit Rudi Anschober oder sonst nächste Woche am Dienstag. Bis dahin, eine gute Zeit, euer Andreas. w叔ge wie ez m